Spongebob Das gefällt ihr Komm schon Muschelchen So ist es gut Seht euch das an Endlich habe ich ihn Endlich habe ich meinen Millionen Dollar wieder Oh, der arme Mr. Krabs, dahingerafft von der Tiefe. Wieso war nicht ich an seiner Stelle? Ja, wieso warst du nicht an seiner Stelle? Wieso musste er so enden? Wieso? Wieso musste er so enden und mich mit diesen Idioten zurücklassen? Hallo, Jungs! Mr. Krabs? Kennt ihr Männer schon meinen millionsten Dollar? Wow, wie haben sie das geschafft? Es war nicht einfach. Die alte Blaulippe ist ganz schön hartnäckig. Da haben wir uns auf einen Tausch geeinigt. Was hat sie gekriegt? Unwichtige Kleinigkeiten. Hahaha! 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 定番 mit dem Bis zum nächsten Mal.